Hier ist ja gar nichts. Wir haben Arsch der Welt gespawnt oder was? Könnte ich mal einen Generator hier irgendwo? Da. Mit einem Feld. Oh, Unschuld. Lass doch nochmal Glück vorm Schlafen gehen. Material für die Träume. Die Glatze hätte ja nicht gereicht. Böller, okay. Ich hätte eigentlich jetzt gerne eine Taschenlampe gehabt. Meine Nase kitzelt. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Wo geht er jetzt wohin? Zu dem Generator, der gerade gefailt wurde? Hey Pia, Hallöchen. Geh noch mal in den Keller. Ihr wisst was ich will. Man könnte auch sagen... Wolltest du mal klarstellen? Ja. 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 Da stinkt er. Geh mal lieber unsichtbar. Ich habe gehört, man macht das so als Geist. Philipp, hau rein. Schön, dass du da warst. Zwei Generatoren sind gemacht, das heißt Luke Notfalls. Okay. 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 Der schöne Geist. Er campt leider. Oh, okay. Der Typ hat es trotzdem riskiert. Borrowed time. Okay. 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 Der ist auf mich. So, wo gehst du hin? Da, zum Arsch der Welt, ey. Ach, verdammt, schade. Ich habe ihn extra nicht geblendet, weil ich dachte, er rennt hinter mir her. Dann werden die vielleicht entkommen. Er hat mich leider geblockt, aber ist nicht so schlimm. Okay, ich glaube, er ist tot. Einmal habe ich noch die Taschenlampe. Klatsch ihn um. Den konnte ich noch nie leiden. Weil der andere dieses scheiß Ding da umgeworfen hat, ey. Der soll so in der Hölle brennen. Ich hoffe, der stirbt. Jetzt ist meine Taschenlampe kaputt. Ich hoffe, der stirbt. Schade, jetzt habe ich wirklich meine letzte Möglichkeit, den Typen zu stunnen, verballert und ich werde meinen Sprintbus nicht weggeben. Welche ist die Taschleumme und jetzt stirbst du, Kacknoob. Das wollen wir erstmal sehen, Unschuld. Zwei Leute, ich suche jetzt die Luke und campe da. Wie schaffe ich es eigentlich immer, dass er auf einmal den anderen wiederfindet? Ich meine, er jagt offensichtlich mich und auf einmal schlägt er den anderen. Das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Also entweder will er mich nicht oder er ist blöd. Oder beides. Kann natürlich auch sein. Boah, Hallöchen. Grüß dich. Er hat schon wieder einen anderen erwischt. Okay, wir haben ja eben einen Generator gemacht, easy game. Na im Ernst, ich bin noch nicht so sicher, was ich von dem Killer halten soll. Schon ein bisschen strange, wie er spielt. Oh, der ist tot. Luke! Der ist woanders. Da schnappe, da schnappe, da schnappe. Komm schon. Das ist wie Bloody Mary. Sie muss jetzt kommen eigentlich. Wollen wir uns mal bereit machen, ne? Okay. Ich hab halt keine Ahnung, wo die ist. Dann denkt er, ich arbeite hier. Hier ist sie. Da kommt er. Okay, ich muss mir jetzt bereit machen für meinen Showdown. Könnte sein, dass ich jetzt voll auf die Fresse kriege und ihr mich alle auslacht. Er geht unsichtbar. Und ich bin raus. Double Pip. Kann man machen. Killer ist direkt geragequitted. Ist gut. Wie geht es? Euer ist gut.